Weil es ein ganz hoch ist. Hör uns an. Ist es schon da? Ne, da noch ein Lörfer. Ach so. Das ist die zweite. Ein Station. Ja. Und dann können wir noch weiter. Gibt es das ja auch im Mini? Ist das für Ski? Ja, ja. Bestimmt. Ja, da. Oder da gab es einen Weg dahinter. Dahehen. Ja, gucken wir mal was hier gibt. Bestimmt vor. Da ist es ganz unten. We're on the top. Ne, wir fahren weiter hoch. Wir fahren ganz nach oben. Ganz, ganz nach oben. Ist das erst die Mittelstücke? Ja. Nein. Wir sind jetzt in der Mitte, oder? Ja, warte mal. Dann müssen wir glaube ich aussteigen und da wieder einsteigen. Echt? Da geht es ja auch wieder weiter hoch. Aber müssen wir weit umsteigen? Wir müssen gar nichts. Nein, ich meinte umsteigen oder so? Ich glaube ja. Ich vermute mal, ja. Der fährt jetzt wieder runter. Okay. Das reicht doch. Ne, warum nicht? So schön. Nein. Nein. Wir brauchen nichts um zu steigen. Ja sicher. Ja? Ja klar. Wir steigen jetzt mal aus. Hoch, hoch, hoch. Hoch, da gibt es Siegen. Ja. Und dann da weiter. No, wir haben noch eine eine Steige. Ja sicher nicht. Du hast also immer noch mal die Steige die? Oh ja. Bis zum nächsten Mal!